Wenn Sie Lust auf Kultur haben, dann brechen Sie auf zum Kulturgut Hasselburg. Ein Gutshof aus dem 18. Jahrhundert, der nur 20 Minuten mit dem Auto von Scharbeutz entfernt liegt. Der Hof gehört zu den wenigen erhaltenen Gutshöfen. Hier finden Sie auch die größte reetgedeckte Scheune Deutschlands. In die werfen wir später noch einen Blick. Das gesamte Gut befindet sich im Eigentum der Stahlberg Stiftung. Gründer und Geschäftsführer ist der Unternehmer und Musiker Dr. Konstantin Stahlberg. Das ist pausenlos hier Musik. Wir haben das Gut Hasselburg renoviert und wir haben jetzt daraus gemacht ein Kulturgut. Also es atmet überall Kultur. Im Herrenhaus hat sie schon vor vielen Jahren eine Frau niedergelassen, die in den 70er Jahren für Kultur in den Kinderzimmern sorgte. Heike Diene Körting-Beuermann, die erfolgreichste deutsche Hörspielproduzentin. In ihrem Archiv auf Gut Hasselburg lagern Serien von Kinderhörspielen. Etliche davon sind mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ihre ersten Skripte für Hörspiele schrieb sie 1969. Mittlerweile hat sie über 2000 produziert. Klassiker wie die drei Fragezeichen Winnetou, Black Beauty, TKKG und viele Serien mehr. Hier waren fünf Freunde. Tja, meine schönen fünf Freunde. Ach, herrlich noch. Guck mal, da habe ich sogar doppelte. Das ist ja ganz was Tolles. Ach, zu schön. Ende der 60er fing für sie alles ganz unscheinbar an. Fragezeichen Sachen. Ich durfte früher erst mal, um zu probieren, nur die B-Seiten der Hörspiele bestücken selber mit meinen Märchen. Und dann war es ganz witzig, die B-Seiten waren nachher beliebter als die A-Seiten. Und dann wurde gesagt, naja, wenn du das schön kannst, Hackelberry Finn auch noch wunderbar. Da habe ich sogar Ben Hecker dabei, Ben Becker. Ben Becker dabei als Schauspieler. Ihre Blütezeit waren die 70er und 80er Jahre. Sogar eine Rosensorte mit dem Namen Märchenkönigin wurde 1986 zu Ehren von Heike-Diene-Körting-Bäuermann gezüchtet. Natürlich blüht diese Sorte auch auf Gut Hasselburg. Der historische Gutshof hat der Hörspielproduzentin viele Ideen geliefert. So viele, dass sie seit über 30 Jahren im Guinness-Buch der Rekorde steht und immer berühmter wurde. Das ist einfach fantastisch. Das ist ein hinreißendes Gefühl, wenn Kinder kommen oder auch inzwischen natürlich viele Erwachsene und singen mir dann TKKG. Die Profis sind spät vor, zum Beispiel. Also ich habe allerdings zu Anfang gar nicht gemerkt, dass ich in irgendeiner Form, ich würde auch heute sagen, ich bin nicht unbedingt berühmt, aber bekannt bei den Fans und bei den Hörspielhörern und insbesondere der sogenannten Kassetten-Generation, das macht natürlich nach wie vor Freude. Und ich habe auch natürlich im Haus eine große Kommode mit einer großen Schublade. Und jedes Kind weiß, wenn sie zu Heike Diene kommt oder zu Frau Körting kommt, dann können sie die Schublade aufmachen und dann haben sie dann die Wahl zwischen Huibu oder die drei Fragezeichen oder Hanni und Nanni und TKKG und was es alles so gibt. Jedes Kind kann sie besuchen, vorausgesetzt sie ist da, denn sie ist oft unterwegs. Die Musik zu ihren Hörspielen komponieren verschiedene Musiker. Einer von ihnen ist Dr. Konstantin Stahlberg, der Gutsbesitzer. Das Klavier ist so der Inspirator und natürlich sind es die Texte, die ich bekomme und die Geschichte. Und dann versetze ich mich erstmal in eine, eben in diese Stimmung des zukünftigen Songs und Emotionen, was für Emotionen sind da, was für ein Rhythmus kommt aus diesem Text heraus. Da ist noch gar nichts mit Melodie. Es ist erstmal Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus und überhaupt das Tempo und so weiter. Und die Melodie kommt dann und das ist so ein ganz spannender Prozess. Auch die Musik für sein neuestes Projekt hat er schon im Ohr. Es ist... Sherlock. Sherlock ist in vieler Munde und wir bringen da eine ganz neue Variante, nämlich was eigentlich nicht denkbar ist. Sherlock in Love. Vielleicht haben sie Glück und können sich in der Scheune Sherlock in Love ansehen. Oder Karten für eines der vielen klassischen Konzerte besorgen, die hier stattfinden. Egal ob Theater, Musical oder Live-Musik. In der Scheune haben bis zu 1200 Gäste Platz. Draußen auf der Wiese ist sogar noch mehr Platz. Nehmen Sie sich eine Decke mit und ein paar Leckereien und genießen Sie Veranstaltungen wie Musik auf dem Lande oder Kulturabende unter freiem Himmel. Sollten Sie nicht heim wollen, dann übernachten Sie doch einfach hier. Die Ferienwohnungen und Gästezimmer befinden sich im Torhaus. So modern hier auch alles ist, wundern Sie sich nicht, wenn es auf Gut Hasselburg ein wenig spukt. Denn hier wohnen auch Geister. Die blaue Frau, die in unserem Brunnen wohnt und dann nachts rauskommt, um 12, zwischen 12 und 1, müssen Sie gefasst sein, wenn Sie mal bei mir zu Gast sein werden. Dürfen Sie keine Angst haben oder einen Hund mitbringen. Wenn ein Hund da ist, dann kommt sie nicht. Dann bleibt sie im Ferne. Aber die hat, das ist die Ehefrau gewesen von dem Ritter Ritzerau, der hier auf diesem Ehrenhof geköpft wurde. Und die sucht, so sagt die Legende, und ich kann mir das auch vorstellen, sucht nun immer noch nach der Seele ihres Mannes. Und es will ja kaum einer glauben, aber kommen Sie mal nachts, dann werden Sie sich überzeugen können. Und das Witzige ist, dass wir immer wieder die Wände schön weiß malen und über dem Brunnen sind morgens blaue Handabdrücke. Und oben auf der Galerie blaue Handabdrücke. In der Ferne liegt unser nächstes Ziel, die Küste.